Bartschatten, der neue Podcast von Conchita Wurst und Barbie Greggart. Also, ja! Du, sag mal, Bärbel, wann haben wir uns kennengelernt? Wie alt warst du da? Oh, das war, da war ich noch in der schönen Beziehung war ich da noch. Ich würde sagen 2014. Entweder 13 spät oder 14 früh. 13 spät wahrscheinlich. Ja, vor dem Song Contest, oder? Wir haben uns schon gekannt. Also, wir haben, wir kannten uns vom Song Contest und haben uns aber, glaube ich, gesehen das erste Mal nach dem Song Contest, würde ich denken. Ach schon, okay. Bei deinem Fuzzy on the Details. So Fuzzy on the Details. Cheers. Was ist das? Bier. Brav. War so Warmheit draußen. Ja, gell? War es gleich auch so warm, es war so schön. Also, bei uns war es kalt, aber sonnig und es ist so, dann war Hagel für, kein Witz, Hagel für so eine halbe Stunde und dann, ja, ja, so a little crazy, Hagel für eine halbe Stunde und dann wieder eitel Sonnenschein und dann Sturm und irgendwann habe ich decided, dass ich einfach drinnen bleibe. Ja, ich war heute, ich war heute spazieren mit dem Flo und Flo hat einen Freund, der heißt, also den Namen kann ich nicht sagen, weil dieser Typ … He likes it up the ass. Also, dieser junge Mann ist der, der uns die Nudes geschickt hat. Ah ja. Genau, so die sind befreundet. Und dieser junge Mann, dessen Namen wir nicht sagen, der hat gesagt, dass in Berlin alle Bartschatten so hypen. Warum erzählst du mir von diesem Hype nichts? Because I don't know about that hype. Okay, so. Das ist bei mir nicht angekommen. Niemand spricht über was anderes. Naja, du kennst unsere Zahlen, wenn das wirklich so wäre, sehen die anders aus. Also, I'm not complaining, aber wenn ganz Berlin nur noch von Bartschatten reden würde, wäre das, glaube ich, eine andere Situation. Da hätten wir was ziemlich Orgas gemacht, glaube ich. Ja, das wäre doll. Vielleicht passiert das ja auch noch. Vielleicht verkehrt er einfach mit den falschen Leuten. Oder mit den richtigen Leuten, aber mit zweifelhaften Leuten. Es ist anscheinend, in seiner Bubble sind wir the shit. Well, in unserer auch. In unserer auch. We are very happening to a very small group of people. I'm so happening. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber I just broke the Internet. You did. I wrote to you. I said you broke the Internet. Man muss einfach nur 98 Fotos posten, dass es ja niemand verabsäumt. Baby. Ich meine, die Fotos waren ja, ich fand die super, aber ich könnte Stunden damit verbringen, nur Reaktionen von gerüffelten Fans zu lesen, die sich darüber echauffieren, dass die Version, die sie von dir im Kopf haben, von vor 38 Millionen Jahren, sich nicht mehr deckt mit der Realität von jetzt. Und was mit dir überhaupt los ist. Ja. Wahnsinn. Schmuddelfilmchen. Ja. Ich hatte mir. Jackpot. Borno. Genau das. Das Borno. Schmuddelfilmchen war auch. Also die Headline für dieses Shooting war ordinär. Der Subtext war, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Bin ein Opfer meiner Triebe. Judge me. Miau. Ja. Yes. I was really entertained, really. Also ich kann wirklich, und dann, ich überlege dann immer, schreibe ich was, schreibe ich nichts, dann reiße ich mich zusammen, weil das sind deine Fans, das ist dein Konflikt, I'm not messing with that. Ach, Scheiß, es bringt ja auch nichts. Aber, ach, ich habe zwischendrin, habe ich echt gedacht, ich könnte jetzt nochmal. Ich hatte anderthalb Meinungen, so zwischendrin. Du hattest anderthalb Meinungen. Schieß los. Nein, 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 so währenddessen habe ich zwischendrin immer gedacht, ach, da könnte ich jetzt was sagen, da könnte ich jetzt was sagen. Ich dachte, da könnte ich jetzt auch was sagen. Ich darf nicht so da lachen, ich habe so neue Fäden im Kinn, das tut alles weh. Ja, wie viele Fäden sind es? 14. 14. Ja, wir haben vorher nicht darüber gesprochen, wie viele Fäden sie da reinmacht und plötzlich war sie fertig. Und es ist ja auch wie auf einer Schlachtbank, ne, also du liegst da und dann hörst du es nur knacken und also du hörst nur, wie sieht das Gewebe. Ja, ja, es ist alles sehr unappetitlich. Und dann war sie irgendwann fertig und dann sagt sie, wie viel haben wir denn jetzt? Und dann sagt sie, 14. Und dann sagt sie, sportlich. 14. Aua. Ja. Magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen auch kurz erklären, was jetzt passiert mit den Fäden in deinem Kinn? Ach so. Na, also. Ach so. Ach, sie hören zu. Wir sind schon drin. Wir haben jetzt nicht drauf vorbereitet, dass wir hier Gäste haben, die zuhören. Entschuldigung, I'm very private. Du, das sind Fäden, die straffen quasi das Gewebe, bilden um sich herum Kollagen und all diese Dinge und ja, straffen das Gewebe. Also da sind Widerhaken dran tatsächlich. Die machen mit einer Kanülle ein Loch, ein größeres und da werden dann stumpfe Fäden eingeführt und die werden dann durch verschiedene Schichten von Gewebe gedrückt und damit gezogen. Das klingt alles wahnsinnig brutal, das fühlt sich auch ähnlich an. Ja, aber dann ist man gestrafft und Aua, hat dann für mindestens ein Jahr eine straffere Silhouette und ich bin very happy. Ich so, wir feiern das. Und Bärbels, weißt du, ich, jetzt ist Wochenende auch wieder, ich vermisse das so, ich habe das erste Mal so ein bisschen an Lockdown Blues, um ehrlich zu sein. Ich bin echt cool gewesen bisher, aber jetzt merke ich so, I'm now ready to, for it to end. Same. Ich würde so gern zu euch kommen. Ja. Das wäre so toll. Na Schatz, wir müssen uns alle fleißig impfen, dann haben wir das bald. Ja. Ich habe schon einen Termin. Du hast schon einen Termin? Ja, ich bin ja nicht nur chronisch krank, ich bin ja auch noch fett. Oh Gott. Also es gibt ja so Kriterien, die einen dann höher in der Liste aufsteigen lassen und ich passe halt gar nicht auf mich auf. Deswegen rutscht man da höher in der Liste, ja. Und dann habe ich, ich hatte dann verschiedene, ich habe ja mehrere Menschen um mich herum, die auch chronisch krank sind oder verschiedene andere Sachen haben. Und die hatten halt alle schon Termine, die wurden alle schon immer angeschrieben von irgendwelchen Ämtern und hatten schon Einladungen. Und dann war ich so verstimmt und habe dann mal meinen Hausarzt angerufen und habe gefragt, sag mal, wie ist denn das? Und dann sagt er, du, ich wollte mich gerade bei dir melden. Ja, und jetzt habe ich nächste Woche einen Termin. Geil. Für die erste. Yes. Geil. Na ja. Ich freue mich sehr. Yes, ja, ich freue mich auch für dich. Ich will auch. Ja. Und dann sitzen wir bald wieder zusammen. Hoffe ich, wenn das alles mal seine Dinge geht. Verstehen Sie? Genau. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie geht es dir denn jetzt, nachdem du das Internet gebrochen hast und dir bestimmt mindestens fünf Leute entfolgt sind? Mindestens fünf Leute, was? Mindestens fünf Leute sind dir entfolgt, wenn nicht sogar sechs. Weißt du, wie viele Fans ich verloren habe? Really? 2000. No. No. Yes. No. Yes. You know, I'm in. One day you're in. Yeah, the next day you're out. Okay. Was macht das mit dir? Gar nichts. Gar nichts, okay. Okay. Es werden jetzt viele Leute denken, dass wir wahnsinnig undankbar sind und uns über die Leute lustig machen, die damit ein Problem haben. Aber Hand aufs Herz, du machst dein Ding. Mache ich auch ein bisschen. Du machst dein Ding. Ja, ich mache mein Ding und es kann eh jeder Mensch seine Meinung haben, ist ja eh cool. Und auch für alle, die dann sagen, okay, damit kann nichts mehr anfangen, ja dann. Auf Wiederschauen. Ja. Sie können aber gerne wieder kommen, wenn dann wieder was für sie dabei ist. Ja. Also ich finde es halt weird, dass man das so persönlich nimmt, dass man deine Entwicklung und deine Entscheidung mehr zu zeigen so persönlich nimmt, dass es so ein Affront ist, weil du die Person, die sie im Kopf haben, getötet hast. Also um was geht es denn dann? I don't know. Also wenn du… Nicht um dich, auf jeden Fall. Nein, eben, natürlich geht es nicht um mich, aber das haben wir eh schon besprochen. Wenn du dich getriggert fühlst von Dingen, die die anderen machen, dann liegt das an dir. Ja. Very bad. You have to look inside yourself. Yes. 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 So. Maus und Zahn. Dann, ich muss eine kurze Frage stellen, bevor wir anfangen. Erinnerst du dich noch an unsere prädiktete Top 4? Ähm, hast du die aufgeschrieben? Nee. Ich auch nicht. Okay, dann müssen wir das gleich mal nachschauen später. Aber ja, ich dachte, damit wir… Weil am Ende der Folge haben wir eine neue Top 4 oder haben wir die Top 4 und ich dachte, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Kannst du dich erinnern, wann wir das gemacht haben, gesagt hätten? Ich glaube, Folge 2 oder 3 haben wir das. Setz doch mal den André dran. Während wir jetzt hier sprechen, kann der André immer Recherche machen. Von dem habe ich schon eine Woche nichts mehr gehört. Hat er dich auch verlassen? Wegen der Fotos. Der André hat mich entfollowed. Nach meinen Porno-Bildern. Stell es dir vor. Nein, also ich sehe da jetzt gerade so auf die Schnelle in unseren Aufzeichnungen nichts. Also ich weiß, dass ich Jutika drin hatte. And we already said goodbye to her. Und dass ich Gottmik nicht drin hatte. Und ich glaube, der Rest könnte sich decken mit dem, was passiert ist. Mit Altman nicht nur. Ich glaube, Gottmik, da waren wir beide dann kurz so, gell? Ich habe gesagt, Gottmik ist nicht dabei. Ja. Du, ich weiß es nicht. Oh well. Wir heben uns das auf für das Ende der Folge. Ansonsten machen wir hier eh Spoiler. Und das wollen wir auch nicht. Genau. So. Genau. Na gut. Wie sie schälst es sie. So. Wie sie schälst es sie. Sorry. Ach, das auch noch? Ich sage dir was. Wenn ich jetzt auch noch eine Allergie bekomme. Ja. Weil die kommt ja erst im Alter. Also. Ich habe noch einen Kleiner. Und mein Papa. Ja, na eh. Aber mein Papa, der schnupft ja auch, seit ich denken kann. Und ich bin meinem Papa sehr ähnlich. Aha. Und dann denke ich mir, das wäre jetzt nicht das Ungewöhnlichste, wenn ich das jetzt auch noch kriege. Hä. Und schnupfen. Also es kann sein, dass ich mich schneide. Auf was ist der allergisch? Auf Hausstaub, Katzen und Dings, ne? Die Bollen. Und die Blumen blühen. Die Bollen und die Blumen blühen. Okay. Und die Katzen. Ich freue mich. Die Katzen. Das ist einfach schön. Katze. Äh, ich meine Katze. Ah, 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 ah. Enough. Ja, it's enough. Enough. It's enough. Wir wollen nicht noch mehr Leute offenden, nicht, dass du wieder tausende von Followern verlierst. Na, oh Gott. Der happening Bartschatten, da hat es gesagt. The talk of the town. It's, everybody's talking about Bartschatten. Don't you know. Yes. Pump it up. Don't you know. Pump it up. Henni, Eischrankste Dreckwiens, ist das Thema dieser Folge. Yes. Yes. Letzte Folge. Was ist davor passiert? Candy hat gewonnen. Den Roast gewonnen. Stimmt. Da habe ich mich so gefreut. Ja. Candy habe ich mich so gefreut. Ja, ihr erster Win, sehr verdient, das hat sie schön gemacht. Jutika ist nach Hause gegangen und die Simona hat survived. Yes. She survived. Ja. So starten wir. So starten wir. Wir kommen in die 14. Episode und die Candy adresst gleich einmal, dass sie nun mehr Wins hat als Aja und Dahlia, wobei Dahlia ja egal ist. Dahlia ist in der ersten Folge nach Hause gegangen, dachte ich auch. Und das war ihr wohl sehr wichtig. Ja. Also dieses Ding im Nacken, also das haben wir, glaube ich, erst zu Beginn noch mal kurz besprochen und jetzt wieder, wurde nicht so ausgeschlachtet, wie ich dachte. If you be honest, ich dachte, es kommt ein bisschen mehr Aja-Gebitsche und auch von Aja ein bisschen mehr. Aber da war auch irgendwie Ruhe im Karton. Aber die Candy, die wollte dann nicht nachziehen in irgendeiner Art und Weise. Nee. Also sie war auf jeden Fall erfolgreicher als die anderen beiden. Und man hätte das ja, von Aja hatte man tatsächlich, ich hatte von Aja wesentlich mehr erwartet. Ich kannte ja Aja schon vorher so ein bisschen durchs Internet. Und ich hätte von ihr in ihrer Season mehr erwartet gehabt. Und war dann ein bisschen enttäuscht, dass das so antiklimaktisch alles war. Wie weit kam die? Nicht so weit. Fünfte Folge oder so? Sechste Folge? Und hat ja auch vier gelipsingt. Zwei, dreimal hat sie schon gelipsingt. Zweimal vielleicht. I don't remember. But yeah, underwhelming. Das ist echt so, das ist ganz, also das ist echt generationsprägend jetzt gerade vor allem mit den Drag Queens, was du, wenn du bei RuPaul's Drag Race bist, das ist, oder das ist, das trägst du wie eine Urkunde vor dich her für den Rest deines Lebens mit all deinen Wins. Alle wissen, wo du es gescheitert hast und wo du oben glatt hast und hin und her. Aber vor allem, wo du gescheitert bist. Ich glaube, das merken sich halt dann alle, 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 alle. Ja. Und this is what you are for a moment. Aus und dann, und dann kriegst du hoffentlich eine Karriere wie Trixie und Katja und kannst dich von dem lösen. Maybe. Ich habe mein Trixie-Ticket gekauft, das ist auch so weird, für 2022. Das ist so weird, du kaufst jetzt Tickets für ein Event in über einem Jahr. Ich habe mir auch Drag Race UK live on stage für 2022 im Palladium gekauft. Wahnsinn. Fliegen wir nach London, let's go. Ach echt, ich mache das? Ja, es ist in London. Oh, let me know, when. Ja, Februar 2022, glaube ich. Okay. Because you know, one day you're in Berlin, the next day you're in London. London. Maybe also on the same day. Yeah, that would be the idea. Also, verstehst du? Ich will jetzt nicht dahin fahren, um einen Tag danach. Kein Nachflug. Die Konji war gestern auch hier. Ja, toll. Haben wir uns knapp verpasst. Nicht so, dass man das hätte planen können, du dumme Kuh. Was mich gecatcht hat, war tatsächlich, dass man jetzt, es sind jetzt endlich mal nur noch fünf Queens im Workroom. Man guckt die an und man kann die jetzt mit einem Blick erfassen, ohne dass man von links nach rechts scannen muss und sich denken muss, wie viele Leute sind denn noch hier? Es sind jetzt endlich nur noch fünf. Ich muss auch sagen, von sieben auf fünf ging es jetzt echt schnell. Also zwei, das war, ja, ja, bei sieben dachte ich noch, Alter, es hat so viele. Und jetzt, dann bei fünf, ah. Hört das niemals auf. Ja. Aber ja, von sieben auf fünf ging es schnell. Ja. Top four ist ja eigentlich die letzte Folge vor dem Finale. Wir wissen, da kommt noch was dazwischen, aber hey. Yes. Aber ich bin auch ready. Ich bin auch ready for someone to win. Yes. I'm ready for a good reunion, kann ich dir sagen. Yes. Yes. All the bitching. So, es geht relativ fix so, ne? Es gibt noch einen einzigen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Wait until you see the confessionals. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das war irgendwie ganz cute, weil sie ja so kumbayamäßig unterwegs waren. Ach, wir verstehen uns alle so gut in der Sisterhood. Und dann sagt irgendjemand, wait till you see the confessionals. Und ich dachte, das werde ich nie vergessen, nie vergessen, nie vergessen. Erste Folge Queen of Drags. Die Premiere in Berlin, in diesem riesen Kino-Ding, im Theater am Koffersnamen oder Kino am Koffersnamen, was auch immer. Das war am Zoo. Zoo-Palast. Und alle Mädels waren auch, die hatten ja, die hatten noch keine Folge gesehen und alle waren noch so, ha, we are sisters and we love each other, ne, 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 und Fotos zusammen gemacht. Und dann ging die erste Folge los und man sah die ersten Confessionals, wie sie, besonders eine Kandidatin, die halt immer ein bisschen, ne, die Axt im Walde ist, halt so Sachen gesagt hat. Und man merkte so in der Reihe, wo sie alle nebeneinander saßen, ging plötzlich das Tuscheln los und das Zischeln los. Und sobald die Kameras da waren, waren alle wieder so, ha, 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 happiness, sisterhood. I loved it. That was very funny. Ja, man unterschätzt das, ne? Voll. Wenn das dann alleine mit der Redaktion sitzt, die kriegen schon die Antworten, die sie haben wollen. Voll. So, yes. Was habe ich mir aufgeschrieben? Simone hat ein Dress getragen im Works Rooms. Cute. So ein Strickkleid von... Yes. Und Ru hat einen Mustache. So, yes. Es geht wieder mal darum, wer welche Rolle haben möchte und dann tatsächlich bekommt. Und... Was war das denn gerade? Hast du es auch gehört? Nee, da war gerade so ein Heavy Vibration. Okay. Das habe ich nicht gehört. Vielleicht war das im Gebäude. Vielleicht ist es ein Erdbeben. We shall see. I will see. Wenn ich plötzlich wegbreche, weißt du Bescheid. Ja, da plump, plump. Da war sie. Kein Stück tiefer. Lass uns erst mal sagen, was die Challenge überhaupt ist, die Maxi-Challenge. Und zwar geht es um eine Greenscreen-Extravaganza. Ja, sie wollen ein Filmchen drehen zu Honey-Eye-Schranks der Dreckqueens. Und da müssen sie vor einem Greenscreen over-acten im Workroom. That is the Challenge. That is the Challenge. Die werden auf kleine, kleine, kleine Mäuschen geschrumpft und müssen dann in dem Plot agierend von A nach Z sich spielen. Yes. 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 Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich finde RuPaul Productions ja immer sehr kurzweilig und freue mich unendlich, diese Szenarien über Stunden zu verfolgen. Yes. Ich kann es mir fast nicht verkneifen, aber es hat auch diesmal sehr lange gedauert, diesen Film anzuschauen. Ja. Ja, ja, gut. Aber jetzt kommen wir wieder von einem ins Nächste. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber ja, sie streiten sich um die Rollen. Das hattest du ja schon angefangen. Genau. Und wer ist es? Simone und Candy liegen sich in den Ohren. Yes. Simone und Candy liegen sich in den Ohren, weil sie beide die gleichen Rollen möchten. Simone hat dann nachgegeben, was ich irgendwie blöd fand. Same. Ich hätte mir so gewünscht, dass sie sich da durchsetzt und dass sie jetzt die Rolle bekommt und dann hat sie irgendwie sich doch dazu entschieden, da diplomatisch zu sein und es passt ihr halt so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja. Und man sieht ihr das auch an. Und dann kommt ja gleich eine installierte Mats. Weiß ich nicht, ob ich darauf, ob du noch was dazu sagen möchtest? Ich würde gerne kurz einmal über die Rollen sprechen. Also wir haben, sie sagen, die Rollen kommen ihnen sehr vertraut vor. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Also ja, es ist so ein bisschen das Golden Girls Raster von der Rollenverteilung her, aber auch nicht hundertprozentig. Ich glaube, die sind ein bisschen tatsächlich an den Mädels selber angelegt, habe ich das Gefühl so ein bisschen. Ja. Oder fällt dir eine TV-Sendung ein, die ich jetzt hier übersehe? Nein. Sie haben alle irgendwie Drinknamen. Also es ist Margarita, Brandy, Chardonnay, Ginger Ale und Dominique Perignon. Klare Anspielung auf Dynasty, Dominique D'Avereaux. Aber ansonsten, ja. Es gibt einen Willen, das ist eben die Rolle, um die sie sich streiten und die anderen sind halt irgendwie eine dumme, eine Heulerin, eine sarkastische und eine smart und sexy Uschi. Deswegen dachte ich ein bisschen Golden Girls, aber ja. Ja, nein, ich hatte es auch eher so verstanden, dass sie tatsächlich auf die Queens zugeschnitten sind. Okay. Diese Rollen. Und da war es dann wohl auch doch klar, dass Candy die Rolle bekommen hat und nicht Simone, weil es dann anscheinend Bestcharakteristik gepasst hätte. Ähm. Ja. Du, ich bin ja so ein Riesenfan von House of Avalon. Das ist ja die Clique, in der Simone ist. Da kommt ja auch die Chichi her und die haben jetzt irgendwie so ein nettes Festel gefeiert. Da hatte, glaube ich, der Kleiner irgendwie Geburtstag und jetzt habe ich die gleich mal alle gefollowed und jetzt bin ich denen voll an den Fersen und checke mir aus, was die so machen. Und die leben ja echt da in der Villa Kunterbunt und haben da irgendwie eine Matratze im Vorhof beim Garten, also LA-Style, direkt, was da ist, Straße. Die wohnen alle zusammen? Alle zusammen in einem Haus. Wie toll. Mit der Dragmutter, mit der alten? Ja, also... Bitte? Mit der alten Dragmutter auch? Das weiß ich nicht. Es gibt hier so eine Dragmum, die ist ja älter als die anderen. Und dicker. Ach so. Oh, die Blonde, oder? Ist das die Blonde? Da müsste ich jetzt nochmal gucken. Okay, anyway. Ich weiß nicht, ob Mom auch dort wohnt, aber die Kids auf jeden Fall. Und das sah so nett aus. Die sind da irgendwie vom ersten Stock auf die Matratze gesprungen, hat sie zum Glück niemand was getan. Aber so for the fun of it und dann alle mit hier Bier und Chicken Wings und so. Das sah sehr nett aus. Und vor allem auch diese Friendship und diese Kreativität, die die zusammenbündeln und so krassen Scheiß machen, weil der eine, der stylt ja irgendwie auch Lizzo und... Also, ja, ja, ja. Die machen da schon echt Big Business, die Kids. Wie geil ist das? Es ist killer. Bitte check die aus. Es ist wirklich, wirklich cool. Also es ist wirklich so auch so ein bisschen Power Ranger. Jeder hat so seine eigene Superkraft. Also seine und ihre eigene. Wie geil das ist. Ja, mega. So Overachiever, die irgendwie sich zusammenbündeln und dann in so einem kreativen Sisterhood da wohnen. I love. Ja, das ist gorgeous. Und dann gab es eben diese Montage und da hat man jetzt ein bisschen angeteasert bekommen, wo eben Simone herkommt. Und da wird uns schon mal kurz gesagt, wie wichtig ihr das auch ist, dass gerade diese Family hinter ihr steht und dass sie die nicht enttäuschen möchte. Ja. Genau. Ja. Was mich bei dieser Rollenverteilung so ein bisschen gleich getriggert hat, wo ich gleich so ein bisschen dachte, oh, really, ist, dass Olivia sich halt wieder, also sie will unbedingt das Dummchen spielen und das sagt dann, ich glaube, Gottmix sagt das auch so, hey, but that's the same again. So, das haben wir jetzt schon dreimal von dir gesehen und dreimal war es nicht wirklich erfolgreich. Warum greifst du dir die Rolle? Also du hättest doch einfach eine andere nehmen können. Ja. Also, dass sie wieder sich darauf einlässt und sich da so eingeschworen fühlt auch, das dachte ich schon, das wird wahrscheinlich nicht gut enden, aber da wollen wir nicht vorgreifen. Also ich meine, was man da in dieser Situation einfach schon auch sagen konnte, ist okay, it's gonna be boring. Weil wir sehen halt schon wieder das Gleiche. Ja, very true. Eine Sache, die die ansprechen, die ich wichtig finde, auch weil ich es bei The Diva in Me selbst erlebt habe, wir waren ja für zehn Folgen gebucht und dann haben sie während des Drehs dann gesagt, ach, wir machen übrigens noch zwei Folgen mehr, wir machen noch zwei Promi-Folgen mehr. Ja, wir hatten nichts mehr anzuziehen. Wir hatten nichts mehr anzuziehen und wir hatten keine gestylten Perücken mehr. Wir mussten dann wirklich aus den letzten Resten, die, wir haben dann noch Perücken aus der Requisite genommen und die uns irgendwie gestylt und so. Ja, ja, ging ja nicht anders. Und was hatten die für Perücken? Naja, ich hab denen gesagt, die sollen wir Webster Wigs bestellen. Das heißt, da standen dann schon Webster Wigs rum, aber das war halt, kann man halt auch, kann man auch in die Tonne greifen mit. Und das Problem haben sie da halt auch. Also es ist halt schon, wir kommen zum Ende der Competition so langsam und man hat natürlich sein finale Outfit weggesteckt und die finale Perücke, die wird man jetzt nicht nehmen für irgendeine Challenge. Das heißt, die sind alle schon ganz schön am Scramblen und dazu kommt eben, dass es Greenscreen ist. Das heißt, du darfst vom Greenscreen nichts anziehen, dass irgendeine Sorte Grün in sich hat, auch ein zu grünes Blau, ein Petrol ist schon zu viel, nichts, was zu shiny ist, weil dann reflektiert das Grün und dann wird das auch mit rausgerechnet und nichts Glitzeriges und keine Steine und so. Also das ist schon eine Challenge, dann noch was zu finden, was dann auch irgendwie der Rolle passt. Ja, und du auch in irgendwas ausschaust. Ja, dich wohlfühlst. Also ja, big, big challenge. Big challenge. Es ist ein big challenge. Es sind so viele Sachen, an die die denken müssen, nicht zuletzt auch ans Schauspiel, aber um ihr Schauspiel noch ein bisschen auf Vordermann zu bekommen, hat sich die Ruhe gedacht, rufe ich an, rufe ich an meiner Freundin, die Scarlett Johansson. und die, super Überleitung, und die, die erscheint dann via FaceTime, so wie wir beide kommunizieren. Also wir sind auch Hollywood. Voll. Big Hollywood. Erscheint die Scarlett Johansson und sagt ihnen, there are only, not only, there are just small, small, there are no small, small parts, just small drag queens. Jesus Christ, it's like pulling teeth sometimes. Say I know, only, no. Ach, wurscht. Ja, das sagt sie uns, die Frau Johansson. Ich hab, du weißt, Frau Johansson ist die Frau, wo man jetzt immer sagt, wenn es irgendeinen Film gibt, wo Whitewashing betrieben werden muss, dann wird ja, macht man aus Scherz, sagt man immer, ach, das spielt bestimmt Scarlett Johansson, wenn es ein schwarzer alter Mann sein muss, macht Scarlett Johansson und so. Die hat ja den Ruf, alles zu spielen, was eigentlich anderen Leuten gehören würde. Wirklich? Okay. Ja, und da hab ich so ein bisschen drauf gefahren. Wir wollten eigentlich einen schwarzen, queeren, transgender Mann, aber Scarlett Johansson übernimmt den Part jetzt kurz für uns. Ja, well, she was there. Ich hab mit ihr so ein bisschen die gleiche Betrachtung, die ich mit Anne Hathaway hab. Ich bin nicht wirklich ein Scarlett Johansson-Fan. Sie ist mir relativ wurscht. Ich find sie relativ beige. im Gegensatz zu Anne Hathaway hat sich meine Meinung danach nicht geändert. Ich war ein bisschen so, okay, thanks for being here. Bye. Oder? Hat's dir gebraucht? Ja, also, ich, ähm, ich find, ich mag ihren Boyfriend so. Das ist ja der News Anchor von Saturday Night Live. Das find, den find ich sehr lustig und dass sie ein Paar sind, da denk ich mir, hoff, dann muss die auch irgendwie lustig sein. Was ich irgendwie schon toll fand, ist, dass sie sagt, also egal, was du spielst, du musst halt deinen Charakter schon irgendwie auch lieben und verstehen. Na, gerade wenn es ein Willen ist, das war ja die Frage. Ja, genau. Wie spielt man einen Willen gut? Wie bereitest du dich vor? Hat sie gesagt, du musst, you have to love the character somehow. Und das find ich wichtig. Ja. Ja. Das machen ja auch, glaube ich, alle. Also Alexis zum Beispiel, also John Collins, die ja über die Jahre immer wieder angesprochen worden ist, wie sie denn so eine Bitch wie Alexis irgendwie spielen kann und so. Und die wird immer defensive, weil die die halt mag. Die mag halt Alexis gerne und die versteht Alexis und so. Und da siehst du es halt immer. Wenn Leute dann so schlecht über Alexis reden wollen, she's not having it. Ja. She's not a bitch. Alexis. Naja, aber die John Collins hat selber schon ziemlich edgy. Ja. Also, du bist da. Ja, ja. Du warst auch Typecasting. Du, wir sind, darf ich dir was sagen, wir sind, wir reden eine halbe Stunde und ich blätter jetzt zum ersten Mal um. Same. Na, wir hatten ein sehr langes Intro, weil wir über meine Fäden gesprochen haben. Ja, na stimmt. Und wir wollen euch ja auch ein bisschen was geben. Die Mädels waren weniger. Verlorene Follower, viele Fäden im Kinn. Ja. Fäden. Fäden, Follower. Tschüss. Ja. Olivia macht sich ein bisschen darüber lustig, dass Simone repetitive ist. Sie würde ja jetzt schon wieder mit dieser Simone-Stimme quasi die Rolle angehen und du denkst dir nur, äh, hallo? Was machst du? Du, genau. Ja. Wie sind denn bei der Aufzeichnungen, oder? Ich kann es nicht lesen, was habe ich hier geschrieben? Also man sieht halt voll, dass Simone total in her head ist. Die merkt, das merkt man richtig, wie sie schaut. Die kommt dann nicht rein und ist irgendwie nur am strugglen und dann kommt dann die Olivia und sagt, du machst immer das Gleiche. Ja. Und das brauchst. Ja. Bei mir steht, may I ask? Ja. Das sagt die Simone ja gerne und bei mir, äh, die Olivia sagt das ja gerne und bei mir steht, may I ask when you finally go home? Ja, I'm over her. Officially. Ja. Ja, oder? Also Olivia, da bin ich jetzt auch, da bin ich auch cool damit, wenn da jetzt mal was weitergeht. Candy sieht wieder toll aus, finde ich. Ja. Es ist quasi dasselbe Look von letzter Woche, aber das passt ja halt sehr gut. Andere Haare, genau. Ja, genau. Aber die Leute sind wie das selbe. Ja. Ja, ja, ja. Und es gibt, also genau, wir sind schon beim Greenscreen, wir sind schon da beim Drehen und die Mädels, manche machen das besser, andere weniger gut. Der große Lacher ist auf jeden Fall Gottmik, weil Gottmik hat diese whiny, whiny role bekommen und obendrein ist sie allergisch gegen Katzen und eine Sache, die Candy macht in ihrer Rolle als Dominique Perignon ist, dass sie eben eine Katze auf die geschrankenen Dragqueen setzt und dann wird Gottmik vor dem Greenscreen von einer riesengroßen schwarzen Katzenpfote, die Candy an so einem Stöckel hält, wird sie attackiert und sie ist halt allergisch auf Katzen, deswegen liegt sie immer auf dem Boden und sagt, oh no, ow, achi, achiu, go away, pussy, achiu, und das ist fucking funny, it's hilarious. sie muss ja auch so lachen, wie sie irgendwie anfängt zu niesen und sie wollen ja die Katze eben nicht auf sich und sie so, oh no, okay, cool, dann bin ich toll, ich bin fine. I'm fine. I'm fine. Da waren wir, da sind wir wieder bei der Comedic Force, wie du sie schon genannt hast, das ist auch echt irgendwie, die hat's im Blut. Und sie sagt, und das fand ich bemerkenswert, sie sagt, this is the most fun I've ever had in my life und das finde ich geil, jemanden zu sehen, der da wirklich reinkommt und das haben wir ja schon an anderer Stelle gesagt, die Entwicklung, die Gottmik da vollzogen hat, die lernt halt so viel über ihr eigenes Drag on screen, während wir zugucken, also die lernt, dass sie sich nicht limitiert, dass sie nicht nur ein Look ist, dass sie nicht nur eine Fashion Queen ist, sondern, dass sie Comedy machen kann. Jetzt sagt sie auch, maybe I wanna be an Actor. Ja. Maybe, I don't know. So, ne? Die lernt so, es ist so limitless. Also Drag is limitless, mein Drag is limitless, ich kann viel mehr machen, als ich dachte, dass ich's kann. Und das zu sehen, ist halt total geil, auch für einen Zuschauer. Das ist mega inspirierend. Es braucht immer so die erste Person, die das macht und von der wird so viel, wie soll man sagen, ausgestrahlt an self-confident. Ja. So viele Kids, die aufwachsen mit diesem Selbstverständnis, also I think we are on the right track. Ja. einem Pessimismus entgegengebracht. Ja. Ich hab da noch stehen, could Simone, Simone leave the competition? Es steht so im Raum, ne? Es steht so im Raum. Weil es ist jetzt, also wir sind back in the workroom dann jetzt nach diesem Take und man sieht halt Simone wirklich, wirklich strugglen. Ja. Also diese Storyline mit House of Avalon kommt nochmal raus, dass sie sagt, sie hat ein wahnsinnig emotionales Confessional, wo sie wahnsinnig anfängt zu weinen, was wirklich auch sehr bewegend ist, ihr zuzuschauen. Weil sie sagt, there has been so much invested in me, so viele Leute haben sich so viel Mühe gegeben, dass ich hier bin und ich will niemanden enttäuschen. Und das bringt die fast unverstand. Und ja, ich hatte auch, ich saß dann, hab auch gedacht, was passiert, wenn sie jetzt rausfliegen würde? Also es ist in the realm of possibilities, weil sie halt wirklich sich selbst so sabotiert. Gar nicht mal, weil sie es nicht kann, sondern weil sie sich selbst so im Weg steht. Ja. Ich hab, ich hab, ich hab dich gebeten, den Pitstop zu schauen. Ja. Aus dem Gedanken, den ich in dieser Situation hatte und dann beim Pitstop bestätigt wurde. Weil sie ist wirklich so außer sich und hat schon fast Angst, zurück ins Haus zu kehren, weil sie, weil sie niemanden enttäuschen will. Und dann fragt man sich, naja, aber die werden dir ja nicht den Schädel abreißen. Also ich meine, die sind doch so vorne, weißt du? Ja. Aber sie war, sie war so, so verunsicher, dass da irgendjemand was sagen könnte, wo dann eben Trixie, weiß nicht, ob du es geschaut hast? Ja. Trixie meinte, ja, was habt ihr denn da für ein Environment, dass die Simone sich so fürchten muss? Hattest du das Gefühl nicht? Nein, gar nicht. Ich hab sehr das Gefühl, dass es bei ihr darum geht, nicht enttäuschen zu wollen und gar nicht darum geht, dass sie Angst hat, vor den Repercussions, dass sie jetzt wirklich angeschrien wird oder so. Ich glaube, es geht darum, dass sie nicht enttäuschen will. Und dann aber, Gigi war nicht die liebevolle Schwester, sondern sie hat ziemlich kühl reagiert und gesagt, so, ja, na, sie hätte nichts, also eigentlich hätte sie nichts besser machen können. So, okay. Maybe it's just my imagination. I don't know. Yeah, we don't know. I don't know. Aber ich hab nicht das Gefühl, also ich hab das Gefühl gehabt, dass Gigi ganz oft im Wechselspiel mit Trixie sich auf so eine kühle, reservierte Nummer verlassen hat, einfach, weil sie zwei Sekunden braucht, um den Joke zu überdenken und dann hat sie halt so, ich reagiere jetzt nicht und dann reagiere ich klein und dann nach Trixie sich tot, haha, okay, die Formel funktioniert. das Gefühl hat sich ein bisschen, aber I don't know. Ah, du meinst, okay, 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 okay. Was ich spannend fand, war, dass Rosé, also sie reden alle nochmal so ein bisschen über ihre Ängste und dass Rosé dann sagt, that she was actually worried about being cancelled und deswegen war sie so wahnsinnig reserviert am Anfang der Staffel. Sie hatte wahnsinnig Schiss, wenn sie zu sehr sie selbst ist, dass dann sie das Falsche sagt und dann die Fans sich auf sie stürzen und dass sie dann gecancelt wird und dass sie mehrere Folgen brauchte, um sich zu trauen, sich zu öffnen, was wir dann auch mitbekommen haben und wir uns gedacht haben, ach, wie schön die öffnet sich und dass es tatsächlich auch damit zusammenhängt, dass sie eben Riesenschiss davor hatte, dass sie das Falsche sagt und gecancelt wird und ihre Karriere vorbei ist. Aber sie sagt ja auch jetzt, bitte? Hast du es gar nicht so gelesen, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verschlafen in dem Moment, weil ich mir denke, aber sie sagt ja auch, also sie ist ja jetzt sie selber, also gut, die Angst haben wir dahingestellt, wenn du davor irgendwie, wenn du Bedenken hast, dann ist es so, aber sie ist ja nicht so Org, also wenn sie sich selbst irgendwie schon, wie sagt man, zensiert, dann würde ich mir denken, aha, wieso, was bist denn du für Orge? Naja, ich meine, wir kennen alle den Inside-Humor und den Outside-Humor, also dass wir hinter verschlossenen Türen sagen, die auf jeden Fall, wenn man die Außen sagen würde, die einen gecancelt hätten, so, sure, aber ich kann die Angst verstehen, dass einem Sachen rausflutschen, on air, die man dann halt nicht mehr zurücknehmen kann, so. Wenn du zu comfortable bist. Ja, dass du halt Sachen sagst. Wie? Wie zum Beispiel? Nein. Not gonna happen. Nope. Aber ich hatte aus dem Grund immer wahnsinnig Schiss vor Live-TV oder Live-Radio, weil ich über Schiss hatte, mein Mund ist ja manchmal schneller als mein Kopf und dann hast du was gesagt und kannst es halt nicht zurücknehmen. so, das brauchte eine Weile auch, um Podcasts zu machen, wo ich gemerkt habe, mir rutschen so eine Sachen nicht raus, weil ich so eine Sachen halt auch nicht mehr denke und das nicht mehr groß lustig finde oder so, aber die Angst hatte ich schon auch. Früher noch. Da muss man sich halt ein bisschen warmlaufen und merken, ach nee, ich kann mir selbst vertrauen, ich bin gar nicht so. Ja, absolut. Ja, du bist eh, also du räumst eh so zahm, das dauert nicht mehr lang, bis du irgendwie noch größer wirst mit deinem Talent. Bis ich noch zwölf Podcasts am Bein habe, für dich kein Geld begrüßt. Vorbei gibt es Bartschatten Staffel 2 und dann werde ich ersetzt durch mich. Ich fühle dein Interviews mit mir selbst. Sagen Sie Bärbels. Ja, Bärbels. Ich habe auf mein Ding hier gespuckt. Passiert dir das zum ersten Mal? Also so, dass ich es sehen kann, ja, da war ein kleiner weißer Schaum. It's very interesting. Yes? Roos Luke, schreibe ich forgettable. Wait, 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 we have no representation talk, which was very important. Oh, you mean the Barbie and the Ken? Ja, generell, dass sie halt, ja, dass es geht um representation, die Mädels reden darüber, ob sie Leute, wie sich schon mal im Fernsehen gesehen haben und da ist halt Gottmix, der sagt, und das ist halt super wichtig, finde ich, der sagt, er hat noch nie jemand anderen gesehen, der so ist wie er on TV. Und das ist ja richtig. Also Gottmix ist der erste derart feminine Campe-Transmann, den ich je gesehen habe. und dann sagt er eben dieses Barbie und Ken-Citat, er sagt normalerweise, die Trans-Community auch, also nicht nur, wie sie dargestellt wird von außen, sondern auch, wie sie sich selber darstellt. Oft, es gibt entweder Barbie oder Ken, es gibt entweder Hyper-Feminine oder Hyper-Masculine und dazwischen gibt's halt nix und er ist halt wirklich Trailblazer, was das angeht. Das ist schon echt enorm und das macht das auch zu einer noch, also zu einer richtig wichtigen Season aus. Es ist nicht nur eine Entertaining-Season, sondern es ist halt auch in dem Sinne eine Groundbreaking-Season, dass zum ersten Mal jemand wie Gottmix im Fernsehen so zu sehen ist und auch so gefeiert wird. Also ich finde das schon enorm. Wenn er gewinnen würde, wäre das unfassbar. Bitch. Ja. Oh Gott, ich raste aus. Ja. Oskar jetzt nicht hier rumtanzen. Aber halt auch so well-deserved. Also man jetzt einfach mal auch zu schauen, was bisher geschah. Was bisher geschah. Was bisher geschah. Previously und Desperate Housewives. Ja. Ja. Und also Rosé sagt dazu eine Sache, die ich auch noch wichtig finde. Sie sagt, hätte ich früher jemanden gesehen, der so ist wie ich. Ich hätte mir so viel Zeit sparen können, herauszufinden, wer ich bin. Ich hätte so viel früher anfangen können, als ich selbst zu leben. Und das ist ja für uns alle so. Ich hätte auch so viel früher, so viel früher hätte ich Leute, wie mich im Fernsehen gesehen. Und ich rede jetzt nicht nur von Drag Queens, sondern auch Leute, die sich jenseits der Binary bewegen oder das Ganze als Spektrum leben. Selbstverständlich. Man würde sich so viel Jahre sparen, wo man irgendwie teilweise sehr ungesund versucht, bei sich anzukommen oder sich von sich zu entfernen, sich zu verstellen. Und so. Ich finde das, also ja, Representation ist ein Riesenthema nach wie vor und ich freue mich, dass sie das nochmal aufgegriffen haben, weil es ist fucking important. Ja. So. Visibility is power, oder? Das haben wir ja auch bei der Gloria gesehen, letzte Woche. Was das ausmacht, denn sie hat so recht damit. Let's talk about that. Die Leute wissen es nicht. Ja. Also Gloria war unterwegs mit Snorella, die war zu Besuch da und ich weiß nicht, die hatten wohl irgendeinen Termin in Drag oder irgendwelche Aufnahmen. Ich glaube, die hatten sich überlegt, sie und Sheila und ein paar andere, dass sie eben auch representationmäßig, sie wollten für Sichtbarkeit sorgen und haben sich deswegen zu einem Drag Walk verabredet durch die Community, durch Schöneberg. Sheila war dabei am Anfang und so und dann sind sie einfach mal im Tageslicht in Drag durch die Straßen gegangen, um für Sichtbarkeit zu sorgen, weil sie sagen, gerade durch Covid auch, man sieht uns nicht mehr, wir sind nicht mehr da. So, hier sind wir übrigens high und waren dabei live bei Instagram und ich war am Anfang kurz dabei und habe dann auch noch geschrieben, irgendwie ich muss jetzt weg, aber please be safe. Ja. Und dann? Ja, und dann wurden die angestenkert und dann wurde es auch handgreiflich und du sitzt halt da und schaust dazu und denkst dir so, ach, wieso stimmt das denn, dass man wirklich in einer Bubble lebt? Das nervt mich so. Ich dachte, das ist irgendwie, gerade in einer progressiven Stadt wie Berlin, No, baby. Just get over it. Also, das ist echt so, what? Ja. Aber es ist ja, ja. Nein, nein, schieß los. Es ist ja nicht mal, also, viele Leute, ich habe in den Kommentaren dann gelesen, viele Leute haben gesagt, ja, also, es gab auch die Stimmung, die gesagt haben, selber schuld, wenn du am Tag in den Dragroom läufst. Das ist gerade aus der eigenen Community auch immer so schlimm zu hören, weil ich mir denke, ihr Pisser, es ist, du musst dir keine Perücke aufsetzen, um queer visible zu sein. Wenn da zwei Männer Hand in Hand gelaufen wären, wäre genau das Gleiche passiert. Also, es ist nicht nur die Tatsache, dass sie in Drag visible ist, sondern als queerer Mensch visible zu sein, kann dir das zu jeder Tageszeit, in jeder Ecke der Stadt oder auf dem Land, kann dir genau dieses Resultat einbringen. Also, es ist nicht, that she was asking for it, she wasn't asking for it, she was just being herself. Und Hand in Hand laufen hat im Zweifelsfall den gleichen Effekt. So, wenn wir uns zeigen, ist das nicht sicher. Punkt. So, und das ist für mich auch keine Covid-Entwicklung. Ich habe, mir sind diese Sachen passiert, mit 16, mit 15, mit 14, mit 13, also vor mehr als 100 Jahren. So, you know, das ist kein neues Problem und es ist auch kein altes Problem, es ist ein immerwährendes Problem. und ja. Ja, an dieser Stelle nochmal einen riesen Applaus für Gloria. Ja. Und so geil, dass sie das macht und sie hat halt absolut recht damit und ja. Ja, we stand Gloria, wir lieben dich. Yes, we love you. Ja. Now to something completely different. Yes. Cynthia Erivo. Did you ever hear from her? Of course. Ich kannte die nicht. Wie toll sieht die aus? Ich bin ausgefragt, wie schön die ist. Hast du sie singen gehört? Nein. Wo singt die denn? Die hat The Color Purple gesungen am Broadway. die ist das. Harriet Tubman hat sie gespielt, das weiß ich, aber ich wusste nicht. Tony nach dem anderen und die alte singt Boah. Aber wie die ausschaut. Ja, ja, Fashionista, darling. Bitch, mit den gewiebten Augenbrauen. She is wearing the gowns and the contour and the good stuff. Also der Look, ich war echt so, I had no idea who she was, aber ich war echt so, warum ist die Frau so schön? Um Gottes Willen. Check sie dir aus, check sie dir aus auf Instagram. You thought Ruth didn't look great. Did you say that? I thought she looks forgettable. Ich habe auch wirklich schon wieder vergessen, wie sie aussah. Na, sie hatte halt auch so ein, wir kommen gleich noch zu The Blondes, sie hatte so ein an The Blondes angelehntes, gauniges Ding mit so blauen Ketten, Metallikketten, irgendwas oben. Blondes Haar. Naja, Ice-Gate-Ding. Ja, we've seen it. Thank you. Ja, du, ich meine nach 38 Millionen Staffeln und 12 Spinoffs, she's not gonna reinvent the wheel. The wheel. Und man muss auch ein bisschen schauen, man muss auch ein bisschen budget, man kann nicht jeden fetzen auf ganz org, das verstehe ich auch. Was auch org war, finde ich, war, Michelle hatte so viel Farbe im Gesicht. dieser pinke Blush und dann der, oder die war schon sehr bunt. Ich hab, ich hab, Michelle gar nicht im Kopf, wie sie aussah, to be honest. I forgot. I forgot. Ja, ich fand, sie war sehr bunt. Also es war sehr viel Farbe. Ich glaub, vielleicht auch Blush auf der Naht, ich weiß es nicht. Das war mal, es hat ein bisschen, ich bin zum Studio gelaufen. A flush from vision. Na, ich hab gesehen, Adam Burrell, ich weiß nicht, ob der jetzt generell im Make-up-Team ist oder nur für die Folge, vielleicht war der das, der macht ja auch so Jennifer Hudson und so, der mag schon sehr gern ein bisschen Farbe und ein bisschen. Ah, okay. Ja, sie war sehr, sehr bunt im Gesicht. Sehr bunt. Na gut, vorher, ich mag ja auch Blush auf der Nase, mag ich jetzt auch, hab ich mir über Niki Tutorials abgeschaut am Here for It. Ja, das auch. But yes. So, the runway theme ist Oat Pockets, also nicht Hot Pockets, sondern Oat, wie in Haute Couture. Was hättest du gemacht, hättest du diese Aufgabenstellung bekommen? Darüber hab ich nicht nachgedacht, aber ich war trotzdem, ich war sehr gespannt, als ich das Thema gehört hab, was da jetzt kommen wird. Was hätte ich gemacht, jetzt in Hindsight, nach dem, was ich gesehen habe? Vielleicht wäre ich wie Victoria Beckham in diesem Marc Jacobs Sackerl und hätte nur meine Fies auszuhängen lassen. Ich hab mir sowas ähnliches gedacht. Ich hab auch gedacht, ich würde auch so in einer, in einer Pocket erscheinen. Also, dass ich wie so eine ausgeschnittene Jeans-Rückseite hätte, wo ich quasi in der Tasche stehe und da ist ein Gürtel drum und unten kommen die Füße raus und hinter mir ist auch, wie Simone das hatte, hinter mir ist auch so ein Stück Stoff. So ein bisschen so. Also jetzt spontan. Aber schwieriges Thema. Wenn ich das von der Simone gesehen hab, wenn ich das von der Simone gesehen hab, ganz spontan dachte ich. Fuck you. Ficke sich sie. Thank you. Aber es ist ein schwieriges Thema, ne? Also, Pockets, zu Pockets sich was auszudenken, not so easy. Wir haben, Simone eröffnet den Runway und es ist, also mein erster Gedanke bei David Bowie war, sie hat eine sehr orangene Perücke und sie hat jetzt so ein Jeans, Denim, oben so ein Top, was auch so eine Tasche nachempfunden ist, dann so ein goldenen Reißverschluss, der über das ganze Outfit geht, einen großen, dicken und dann unten so Bellbottoms Schlaghosen. Sieht sensationell aus, finde ich. Sehr geil aus, ja. Perücke ist von Gigi gestylt. Die Perücke hat mich erinnert an Bob, der Dragqueen's wig, die er bei First Purse Impressions aufhatte, die ganze Staffel lang. Schaust du das? Na. First Purse, okay. Der Running Gag war, dass Bob erst dann die Perücke wechselt, wenn sie 600.000 Follower auf YouTube hat. Well, that didn't happen. No, that didn't happen und die Perücke war halt einfach die She has seen. She has seen. Many, many moons. Und die war auch so, das war so ein bisschen Ginger, also so ein bisschen Ginger Spice-Vibe. Und dann das muss ich auch denken bei Simone, wo beide Simone ihre Haare gebürstet waren. Und wunderschön. Wunderschön von der Gigi. Und der Look war stunning. Stunning. Olivia kam in einem schönen Mini-Kleid, das irgendwie so wie Makramee so ein bisschen gefaltet war und mit so einer, quasi einer Schleife, in die sie dann reingriff und das sollten dann die Pockets sein, weißes Haar dazu. Der Look an sich war eh cute, sie sah toll aus, aber hat jetzt echt das schon tausendmal gesehen und where are the pockets exactly? Ja, also ich weiß nicht ganz, ich glaube, Carson hat es gesagt, das war ein Look, der Pockets inkludiert hat, aber es ging eben nicht um die Pocket. So. Ja. Und das betrifft sie irgendwie ganz gut. Das war cute. Ich glaube, wir haben sie noch nie schöner gesehen, to be honest. Sie sah schon sehr, sehr gut aus. Stimmt, ja. But, ja, das Kleid hatte Taschen, aber es war jetzt kein Taschenlook. Ja. That's true. Ja. Rosé hat so ein Maud-Schwarz-Weiß-Look, also sie hat erst so ein Cape, so ein Mantel-Cape, alles sehr A-Linienförmig. Das zieht sie dann ab und drunter hat sie dann in der gleichen Shape ein Kleid, das auch, wo ganz viele schwarz-weiße Taschen draufgenäht waren. Es ist sehr Maud-60s und so. Das Make-up spiegelt das auch wieder, da hat sie sich sehr daran orientiert. Mir gefällt der Look nicht, muss ich sagen. Also ich mag nicht, was es mit ihrem Gesicht gemacht hat. Auch die Haare sind nichts für ihren Head-Shape und so. Aber ja, Aufgabe erfüllt, yes. Ja, genau. Also eh eine gute Referenz gesucht und das irgendwie auch ganz klar umgesetzt. Super safe, aber nicht wahnsinnig spannend. Und auch nicht schön. Nein, und auch nicht schön. Finde ich immer auch nicht. Genau. Dann hatten wir einen Gastauftritt von Hella von Sinnen. Oh, du Minas. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Also ich muss mich schneizen. You heard it here first. Diese Polen, die scheiß Gfraster. Ja. Candy, bei mir steht Hot Neon Blue Mess and she wants to talk to the manager of Chromatica, war ja ein Mien, was jetzt rumgegangen ist und so sah es halt wirklich auch aus, meine Güte. Also ich kann gar nicht beschreiben, was es war. Es war irgendwie ein pluftiger Ärmel und dann unten drunter weiß man nicht, was es war und dann waren es mehrere, es war so ein bisschen der La La Re Look mit a little bit more time and a little bit more budget, der Tütenlook. but it was bad. Es war furchtbar bad. Das war echt, als hätte man einfach nur ein paar Schniedeln genommen und daran kleine Pockets geknotet und dann zehn Zentimeter die nächste und das halt bis nach unten und dann eben seine Karen Perücke mit diesem Neon Haaransatz. Also für mich war es sehr heller von Sinnen, vor allem dann später sieht man meine Referenz, finde ich, noch mehr. Und es war auch hinten nicht zu, hast du das gesehen, wenn man sie von hinten gesehen hat? Sie hat die ganzen Taschen, die waren ja irgendwie mit so Ketten oder mit so Ringdingern verbunden, hinten aber nicht. Hinten haben die Ringe nicht mehr gereicht, hinten war sie dann offen. Wo du auch denkst so, aha. Sie hat, ich glaube, es war ein Antakt, wo sie auch, oder ich weiß gar nicht, wo sie es gesagt hat, irgendwann hat sie es gesagt, dass sie sich auch überhaupt nicht wohl gefühlt hat, dass sie den Look gehasst hat, aber sie musste den halt anziehen, weil sie hatte nichts mehr. I get it. Aber ja, das war. Ja, der war ja in the first place. Was wäre denn denn ihr Taschenlook gewesen, frage mich? I don't know. Also, weil es sah nicht aus, als hätte sie jemals einen Taschenlook angehabt, als Stand-in. I don't know. Gigi hat bei dieser Pitstop-Folge, zu der du mich gezwungen hast, sie zu anzugucken, hat Gigi was gesagt, was ich sehr klug fand, dass sie gesagt hat, here you see somebody who still has no idea of the head shape they have and how to wear a wig that matches the head shape. Und das ist true. Sie hat halt ein kleines, rundes Gesicht, sehr rundes Gesicht und dann so eine platte Karen-Perücke obendrauf. Also, eine gerade, asymmetrische Bob-Perücke macht halt gar nichts für dich ästhetisch. Die streckt dich nicht, die gleicht das Volumen nicht aus. Also, es ist, ja, Proportionizing, no. It was bad. Not bad. Yes, it was not good. Jetzt habe ich die Helle angesagt, jetzt bist du dran. Ja, jetzt kommt Gottmik und, wie soll ich sagen, it's everything. It's just everything. Nein, it's just everything. Also, angefangen von den Haaren, die, ich mag das sehr, sie hatte die Haare, glaube ich, schon mal auf, so eine schwarze Mittelscheitel, echter Perücke in einer kleinen Curl, die aber so ausgezogen nach unten hängt. Allein die Haare schon toll, das Make-up toll. Dann hat sie ein, der ganze Look ist angelehnt an ein Zitat aus dem, aus dem Disney-Film Hercules, wo so ein Flasher, also so ein Exhibitionist, der so mit so einem Frenchcoat kommt und dann den Mantel aufreißt, lauter Sundials, also, wie heißen das, Sonnenuhren quasi, drinnen gespeichert hat, anstatt, anstelle von irgendwelchen blöden Rolexen und dann sagt, you wanna buy a Sundial? Und das ist, sie ist halt auch so dorky, das ist so süß, sie ist so nerdy, nerdy scheiß References hat und sich wegpackt darüber, wie lustig das ist. Aber das war die Inspiration und das Ding, das Kleid ist eindeutig geklaut bei The Blondes, es ist nicht von den Blondes gemacht, aber es ist ganz eindeutig ein Blondes-Zitat. Ihr kennt The Blondes, kennt ihr, Britney hat das getragen, Fergie hat das Zeug getragen, Beyoncé hat das Zeug getragen, alle haben sie es getragen. Ich glaube, eh diese Jane-Corset-Dresses, das war eh so das Signature-Piece oder eher so tatsächlich das, was Micky auch getragen hat, das ist das Signature-Piece. Und das ist halt alles aus Uhren gemacht, selbst die Straps bei den Schuhen, sind aus Uhren, also überall sind Uhren eingearbeitet, so Armbanduhren und das ist wirklich, wirklich toll. Der ganze Look ist einfach ein Home Run, so geil. Ich finde es spannend, wenn man dann sich überlegt, dass die Simone ja auch aus L.A. kommt und ich meine, das ist dann natürlich auch ein Dorf, so eine Szene und so eine Community. Wenn die dann untereinander so den Bass kriegen, was macht die für Bag und hin und her und welchen Designer fragen die an? Also das ist schon auch spannend, dachte ich mir jetzt gerade so. Jetzt spontan ist mir das eingefallen, wo ich mir dann denken würde, wenn ich auch aus L.A. komme, was macht die? Ein Flasher-Look. Na, alles klar. Alles klar. Na, aber ich glaube, das muss man halt auch fairerweise dazu sagen, ich glaube, Gottmik hat halt ganz andere finanzielle Ressourcen und auch ganz andere Freunde, die finanzielle Ressourcen haben und Leute kennen, die vielleicht mal jemandem gefallen tun wollen. Also, ne, Gigi Gorgeous und so, so eine Leute, die gehören ja zu ihrem engsten Freundeskreis. Da kriegst du halt eher mal so ein Kleid, das eins zu eins The Blondes ist, für 12.000 Dollar gemacht und das tut dann vielleicht auch nicht so weh. Genau, genau. Wie das vielleicht bei der Simone der Fall ist, die sich sowas eben nicht leisten kann. Also, ich meine, House of Avalon, da ist schon ein bisschen Cola auch da natürlich und Connections, aber it's a different story. Absolutely. Absolutely. Yes, yes, yes. Aber ja, das ist für mich der hotteste Look der Night. Also, das war, der Look war einfach, also, outstandingly gorgeous. Stunning, stunning, stunning. Die sind auch alle, Carson hat angefangen zu reden, hat gesagt, I could say this, I could say this, but I don't have the time. So, weil es war, man hätte stundenlang darüber reden können, mache ich ja jetzt auch, wie geil dieser Look ist. Also, maddeningly beautiful. Yes, 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 yes. So. Ja, wir kommen jetzt zu der Rue Movie Production. Zu the screening of Honey? Henni. Henni, I shrinked, the drag queens. Schrank, yes. I shrink, Schrank, Schrank. Schrankt. Hanni, ich habe die Dreck queens geschrankt. Habe ich den Plot eigentlich schon erklärt, nicht wirklich, oder? Gab es einen? No. Yes, please explain, sehr diffizile Plot. It should have been an E-Mail. Also, ich weiß es nicht. Diese Schauspieldinge, das dauert für mich immer so lange. Das dauert echt lange, oder wie lange hat dieses Ding gedauert? Acht Minuten oder so? I don't know, aber mühsam. It's too long, it's too long. Rue hat irgendwie eine Sequenz auch bekommen, da sah sie sensationell aus. Hast du das gesehen? Sie kam kurz vor gegen Ende und da pflückt die Kotz. Man randaliert hier irgendwie, wir ignorieren das. Wenn ich gleich weg bin, ist das Haus zusammengebrochen. Ja, wegen der Katze. Genau, die sah toll aus. Ach das, diese Einbindung, das ist aus irgendeiner alten Folge, würde ich sagen. Ja? Ja, diese Frage, also es gibt kurz die eingeblendete Frage, wo sie, also wir erklären es kurz. Die Queens sind tatsächlich, kommen gerade, also der Film fängt da an, wo die Queens von der Stage zurückkommen, von der Main Stage nach der Elimination und es wurde die Frage gestellt, das gibt es dann als Rückblende, wer muss nach Hause gehen und warum? Und ich glaube, das ist tatsächlich aus irgendeiner alten Folge einfach genommen und dann sagen sie halt irgendwas und dann ist eben Dominique Perignon, also Candy ist dann so offended, dass sie die ganzen anderen Queens schrinkt, schrankt mit Bad Overhead Lighting, Harsh Overhead Lighting, irgendwas und dann werden sie alle ganz klein und dann jagen sie sich gegenseitig, also Candy jagt sie und sie rennen vor Candy weg und dann wollen sie Candy zurück, bla und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was passiert ist. Ist irgendjemand gestorben? Nein. Nein, ich glaube dann war es umgekehrt und dann war Candy geschrankt und dann weiß ich nicht mehr. Ja, genauso aufregend war das. Ja. So. Ja, es war gar nicht aufregend. Nein. So, ja. Jetzt lasse ich dich mehr weitererzählen, weil ich hupfe meistens über irgendwas drüber. Also, bei mir ist es, ich habe Nominalstil. Olivia nervt, Rosé is the best, Candy hat gute Momente, Simone ist okay, got me kind of one note, but funny as fuck und dann steht da noch Rosé physical comedy Ausrufezeichen. Das Katzenbild ist cute, der Rest wirklich meh. Das ist meine Zusammenfassung. Was habe ich da? Ich habe Simone in her head, wow Candy sieht toll aus. Olivia und Simone are doing the same again. Rosé is definitely in the top, Mick is just divine. Kurz, Simone, leave the competition. Das ist so ein bisschen Bibi und Tina Ferienroman. I love. Das ist, das ist mein, mein Fazit. Ja. Und tatsächlich passiert eine Überraschung, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Simone bekommt das totale Lob. Ja. Sie mögen die Performance von der Simone, weil die Simone war beim Drehen out of it und now she's into it and they are into it. In and out. What came out of it? What came out of it? Ja. Und the user in? User out. User out. Unless you're Simone. Heidi Klum sprechen. Ja. Hast du ihren April-Scherz mitbekommen? Nein. Sie hat gepostet, dass sie jetzt officially announcen kann, dass sie Samantha ersetzt bei Sex in the City und dann ein paar Stunden später April Foods. Und ich muss dir sagen, ich hätte es voll gesehen. Ich hasse Sex in the City with all my heart, aber damals schon. Okay, das will ich jetzt wissen, warum. Also ich fand es damals einfach schon schlimm. Also es war ja lange before Wokeness and everything, aber ich fand Carrie immer schon eine unerträgliche Person, die, es ging immer nur um sie, es war immer mi, 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 warum lieben mich nicht alle und dann ziehe ich den besten, Aiden war ja irgendwie der beste Typ, den man sich eigentlich wünschen kann und der wird dann nochmal verarscht und nochmal sitzen gelassen wegen Mr. Big und trotzdem immer but why doesn't everybody love me? I fucking hated her und ich fand Samantha very one note, die einzige, die ich mochte, war Miranda. No. It was just always a no. Ich habe auch dieses I wanna be Samantha Ding. No, 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 no. Okay. Your thoughts? No, thank you. Okay. No, thank you. No, thank you. Okay. So, I can't hear. Okay. Thank you for this missed opportunity. Aber wir haben, wir haben, hat mir heute, wer hat mir das denn heute erzählt? Die Wildemann hat mir das heute erzählt, dass unsere Freundin Katrin Baum in der letzten Folge von Germany's Next Topmodel Perücken verteilt hat. Ja, es war auch kein Wunder, oder? Naja, die Heidi erzählt ja viel, wenn er Tag lang ist und die Katrin auch und da habe ich gedacht, naja, vielleicht sind die gar nicht so enge, wie das gerne so behauptet wird, aber nö, war dann schon so. Doch, doch, ich glaube es schon. Katrin, Katrin hat Baum verteilt. Die haben was am Laufen. You heard it here first. Weißt du? Ähm, Candy is in the bottom. Aber, ja. Ja. I said it first. You said it first. Ist dir aufgefallen, dass Ru, und das ist jetzt, ist mir aufgefallen, dann habe ich nachgedacht, das ist jetzt schon ein paar Staffeln so, Ru macht sich die Hände gar nicht mehr schmutzig, die sagt nichts mehr über die Contestants. Ist dir das mal aufgefallen bei den Deliberations? Ja. Die stellt Fragen. Sie sagt sehr selten was. Sie stellt dann Fragen. Don't you think she should have done this? Don't you think it was kind of like that? Aber sie sagt selber nicht. She disappointed, das war schlecht, du warst kacke. Ich hätte mehr erwartet, das ist ganz selten jetzt nur noch. Auf UK hat sie es schon gemacht, glaube ich. Na gut, da hatte sie den Ausrast, weil man H&M getragen hat. No more wire hangers. Stimmt, bei UK ist es anders. You're right. Da finde ich schon, dass sie öfter mal eine Meinung hatte. Ja. Was glaubst du, chronologisch gesehen, war UK, achso nein, doch, UK muss vor Staffel 13 gedreht worden sein. Ja. Okay, naja, gut, da hätte sie den Lifted Up Spirit eigentlich schon mitnehmen können. Aber das, gut, in US ist sie halt reserviert da. Ja. Vielleicht auch wegen den Fans. Aber vielleicht hat auch Mama Ruhe Angst, gecancelt zu werden. Maybe she does. Obwohl, die ist ja so, ich meine, die ist ja wirklich. Kann man die canceln? Nee, kann man nicht. Und ich meine, die hat ja nun wirklich auch schon so viel Scheiße am Hacken und trotzdem geht es immer weiter. Die sitzt es halt immer aus. Die ist ja dann einfach so, die geht dann, she goes off social media for two months und dann kommt sie zurück und die Leute haben es vergessen. Das ist ja auch Zeichen der Zeit. Wir sind alle, jede Woche wird ein neues Schwein durchs Dorf getrieben und dann haben wir es wieder vergessen, warum wir eigentlich sauer sind auf die Ruhe. Die Ruhe. Naja, gut. Also, Candy is in the bottom. Ja. 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 Weiter. Und Ruhe sagt auf German, wie hat sie es gesagt? Bring zurück mein Mädchen. Bring meine Mädchen zurück, hat sie gesagt. mein Favorit war Michels Blick, wo Michels sich wirklich anguckt, so what the fuck? What the fuck was that? Do we really have to do German? Ich finde das so geil, dass Ruhe jetzt sich irgendwie dann Spaß draus macht und sagt, okay, was für Sprache machen wir heute? Ja. Letztes Mal war Spanisch, diesmal ist Deutsch. Ja. Ich freue mich, wenn sie anfängt mit Finnisch oder so, dann wird es lustig oder Dänisch. Spieche Deutsch. Ja. Ja. Also, die Mädels werden zurückgeholt und dann kriegen sie so ein paar Meinungen gesagt und dann kommt, haha, weil das hatten wir ja gerade schon in dem kleinen Filmchen, kommt die spannendste Frage der Staffel. Who should go home tonight and why? Hat sie das nicht so gefragt? Nee. Das war im Filmchen. Das war im UK. Und jetzt war es im Filmchen. Ja. Wir haben es gesehen, aber jetzt hat sie es zum ersten Mal die Mädels gefragt. Richtig. Und, ja. Ne? Also. Finde ich eindeutig. Ja. Mit einer Ausnahme stimmen alle für Olivia und die eine Ausnahme ist Olivia. Aber ich finde es auch wieder geil, dass sie das gemacht hat, was auch schon ein paar Mal gefallen ist. Ich sage meinen eigenen Namen nicht. Auf keinen Fall. Und das finde ich schon auch geil. Und da denke ich mir, ja. Klar, ich würde meinen eigenen Namen auch nicht sagen. Ja. Nee. Auf keinen Fall. Ich finde das richtig. Ja, aber sie lässt sich sehr viel Zeit. Sie ist wieder mal a polite Diva. she's taking her time und alle gucken sie an und alle sind so, äh, redest du jetzt noch? Ruth ist auch so, äh, come on. Und er sagt, ja, just, just based on everything. Just based on everything. Candy. Ja. Candy. So. Die dann gleich einmal einen Herzinfarkt, also, ich will mich nicht darüber lustig machen, sondern die hat dann irgendwie Kreislaufprobleme. Oh Gott, ja, das haben wir bei Antarkt gesehen. Ja, genau. Tatsächlich. Weil das ist ja jetzt quasi, oder? Das habe ich ja von dir gehört. Ja, ja, ja. Achso, wir wissen ja Candy noch nicht, wir wissen nicht, dass Candy in the bottom ist. Das hast du aber schon dreimal gesagt, deswegen wissen wir es jetzt doch. Ja, das schneiden wir alles raus. Nein, ich muss das schneiden, ich schneide gar nichts. Nein, das war's gar nicht. Das bleibt jetzt alles so drin. Alles gut. You said what you said. Okay, also meine Lieben, jetzt stellt sich vor, Candy ist noch gar nichts. Die ist noch gar nichts. Die geht jetzt mal zurück zur Bühne, also Backstage und macht an Takt. Ja. Und hat dort eben Kreislaufprobleme und muss dann auch raus und dann sagt auch der Mediziner, der Medical Assistant, sagt dann auch, ja, er ist jetzt nicht comfortable mit ihrem Blood Pressure und sie muss jetzt dann schon irgendwie ein bisschen noch sitzen bleiben und so. Die praktisch ziemlich zahm. Was ich spannend fand, ist, dass ihr keiner hinterhergegangen ist zuerst. Vor allem, dass ihr Mick nicht hinterhergegangen ist. Sie steht auf und sagt, sorry, mir ist Dizzy und ich weiß nicht, ob ich was trinken muss oder ob ich Luft brauche, aber ich muss jetzt hier raus und mir kam es vor wie eine Panikattacke, to be honest. Also ich, I've been there, I know that und so saß, so fühlte es sich für mich an und dann ist sie halt raus und die Mädels blieben halt einfach sitzen und da dachte ich so, was ist los mit euch? Warum geht da keiner hinterher? Also es hat ganz lange gedauert, bis mal jemand gesagt hat, oh, maybe we should go check. Nein, vor allem dann haben sie gesagt, ja, I think Simone should go, I think Simone should go. auch so. Das war irgendwie dann auch so, hm? Ja, same. What's going on? Same. What's going on? Komische Vibe. Und auch Simone war irgendwie auch so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, als sie da draußen war, oder? I love you und ich lass dich wieder allein und irgendwie relativ emotionslos. Ich meine, das Ding ist, wir kennen alle Leute, die so eine Sachen machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Also gerade in der Situation ging es halt nicht um sie, da ging es um jemand anderen und das war dann so, ich glaube Olivia hatte gerade einen Anruf von ihren Eltern bekommen, war das Olivia? Ja. Scarlett, ja genau, ja, ja, genau. Olivia hatte bei Untact irgendwie einen Videocall bekommen von ihrer Mutter und ihrer Oma und so, da war halt die Aufmerksamkeit bei jemand anderem und dann plötzlich ist sie halt so, ich muss raus, ich muss gehen. Oder es war davor, ich weiß, ich kriege es auch gar nicht mehr zu sagen. Da sind die E-Revo kam noch mal rein. Ach, das war das. Und da stand sie dann auch. Da ist sie das zweite Mal raus. Ja, stimmt, das ist sie das zweite Mal raus. Genau, das erste Mal war direkt nach dem Video. Und ich kenne so Leute auch, die dann halt eben, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf ihnen ist, dann kriegen sie halt irgendwie plötzlich einen Schwächernfall und müssen raus. Also da kann ich schon verstehen, dass dann Mädels das vielleicht so gelesen haben und gesagt haben, muss man jetzt rausgehen, wer macht's, wer gibt ihr die Aufmerksamkeit? I get that. Aber ich glaube nicht, dass das inszeniert war. Ich glaube wirklich, die hatte eine Panikattacke. Ich glaube wirklich, die hatte einen Moment of einfach being overwhelmed and too much pressure. Der Puls war halt dann einfach auch viel zu hoch und der ging auch erstmal nicht runter und ging dann wieder rauf und so. Das hat man ja medizinisch festgestellt. Der Typ hatte sie ja direkt an den Pulsmesser angeschlossen. Also ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht für die Mädels, dass sie sie so haben hängen lassen. Muss ich sagen. Ja, es war wirklich ein bisschen, war eine komische Vibe. Ja. Genau, wir haben sie kurz angesprochen. Cynthia kommt nochmal zurück und hat wärmende Worte im kalten Studio an die Queens und die freuen sich auch alle sehr, dass sie da ist. Candy läuft eben nochmal nach raus, nach Hause und und dann ist es eh schon wieder soweit, um auf die Mainstage zu gehen und da erfahren wir dann, dass Candy in the bottom ist. Jetzt habe ich es gesagt, Candy is in the bottom. Zum ersten Mal. You heard it here first. Candy is in the bottom. You heard it here first. Und wer ist noch in the bottom? Der Oliver. Der Oliver. Ja. And it's not a surprise. It's not a surprise. Nee, ist es nicht. Ich finde, also sie lipsynken jetzt zu Cher Strong Enough, was ist mir aufgefallen, ich liebe den Song, aber es ist kein guter Lipstink-Song für Drag Race, weil der so, es fehlt so ein bisschen der Aufbau und es fehlt so ein bisschen das Ekstatische zwischendrin. Egal. Und ich finde tatsächlich, dass Olivia das eigentlich besser gemacht hat als Candy. Also Olivia hatte mehr Momente, wo ich mir gedacht habe, ach guck mal, das kann die. Als Candy. Candy war so ein bisschen für mich ein bisschen One Note. Also klar, die hatte lustige Momente, weil das kann sie. Aber wenn du das vergleichst zum Beispiel mit ihrem Entrance-Lipsync zu Call Me Maybe, das war halt, da liegen Welten dazwischen so. Call Me Maybe war halt richtig gut, richtig funny und Strong Enough war so ein bisschen auf der Stelle stehen und schreien und Arme schmeißen. Wir nennen sie ja Pointe Sisters, wenn man so mit den Armen immer pointet. It's very that. Ja. Aber es war offensichtlich und das hatte ich vorher schon ein paar Mal in der Folge den Gedanken, dass man jetzt kollektiv beschlossen hat, dass Olivia einfach nach Hause muss. Ja. Also das war so ganz klar, even if she didn't do the worst, honey, it's your time to go. And I'm not mad at it, weil mir ging es genauso, aber wären wir fair, hätte sie, glaube ich, den Lipsync überlebt. Wahrscheinlich hätten sie überlebt. Also ich fand beide nicht outstanding, aber ja, hätte sie definitiv verdient. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Na, Candy. Olivia ist ja nach Hause. Nein, sorry, sondern die Challenge. Ach so, Oh, das haben wir noch gar nicht gesagt. Rosé hat gewonnen. 5000 Dollar hat sie gekriegt und Rosé hat gewonnen, weil sie good at physical comedy ist und obviously a good actress. Und Gottmik war safe. Das sagen ja ganz viele. Das sagen ganz viele. Im Internet ist man ablaze damit, dass Gottmik eigentlich die Challenge hätte gewinnen sollen. Siehst du das auch so? Ja. Ja. Also ich finde, I love Rosé, aber wenn man da jetzt ans Itty-Nitty-Gritty geht, dann war Mick erstens in ihrer Performance mindestens so stark wie Rosé und wenn wir die Looks drauf rechnen, einfach noch einmal, war es ja nicht, schon in der nächsten Runde beim Sprint. Also ich fand tatsächlich beim Look auf jeden Fall, die Look war miles ahead of everyone, aber ich fand bei der Performance, sie hatte halt den einen lustigen Moment, das war das mit der Catpaw und das war halt physical comedy, also das lustig zu machen ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Ansonsten fand ich halt, Rosé war halt konstant auch in ihrer Körperlichkeit, wie sie sich bewegt hat, wie sie gesprungen ist, wie sie in den Szenen präsent war mit einer Bewegung, war sie für mich eindeutig die Stärkste. Und da war Gottmik halt für mich so ein bisschen One Note. Das war so ein bisschen so, Ich musste immer denken an Scaredy Cat in dem Downton Abbey-Skits, weißt du? Oh, no, 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 no. Scaredy Cat. Oh, Jesus Christ, don't get me started. What is she doing these days? I hope her girlfriend and nothing else. I did not like that bitch. No. No, 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 no. Schatzi, the best of the week, please. Ja, also mein, the best of the week wäre Mick, I have to say. Ja. In all her glory und nicht zuletzt auch deswegen, wie wir das wie vorher gesprochen haben, weil, ja, er einfach als Transmann da, diese Persona, diesen Charakter, haben wir alle noch nicht gesehen. Ja, da sind wir uns unanimously einig. Es ist eben, was Gottmik in dieser Season gemacht hat bisher und was er immer noch abliefert, ist einfach unfassbar geil. Und gerade auch nochmal in dieser Folge dieses Representation-Thema so geheilatet zu haben, hat es nochmal klarer gemacht. Einer Freundlichkeit. Ja. Da ist nichts, also und wenn es mean ist, dann ist es lustig. Aha. True. Hat es bei dir geläutet? Was? Hat es bei dir geläutet? Na. No, it has not. Okay. Wir hören, ja, das wird mein Erdbeben sein, vielleicht ist das ein bisschen lauter. Ah, das Erdbeben. Ja. Das hat jetzt angeklingelt. Können Sie mal aufmachen. Ja. Ich habe für 20, 30 Pizza bestellt, aber die kann jetzt noch nicht da sein, sollte jetzt noch nicht da sein. Alles klar. So, yes. Ach doch, tatsächlich, warte. Hier steht es. Doch, oder? Ich gehe mal schnell an die Tür. Warte mal, ich lasse weiterlaufen. Ja, ja, easy. Kurze Anmerkung von mir aus dem Schnitt. Hier ist jetzt eine längere Pause entstanden bei der Aufnahme, wo ich an der Tür war und meine Spaghetti geholt habe und die Conchi saß alleine am Mikro und was sie da gemacht hat, ist mir erst jetzt im Schnitt aufgefallen und das will ich euch natürlich nicht vorher enthalten. Ach, die ist so bescheuert. Ich habe doch gewusst, dass der geklingelt hat. Ich bin wie ein Hund. Wenn die Schelle schellt, dann belle ich. Und ich bin wie ein Hund. Und ich bin ... Key change. Okay, baby, baby, baby. Baby, 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 baby. Hi. Ja. So that was actually, ist auch spannend, dass du es hörst und ich nicht. The pizza. Yes. It's actually a pasta. Geil. Ja. Machst du nicht mehr selbst, ne? Na, heute nicht. Heute mache ich gar nichts mehr selbst. Heute, ich befingere mich heute noch nicht mal mehr selbst. Heute gehe ich auf die Couch. Esse was und frei mich. Dafür lasse ich mir auch jemanden kommen. Zum Fingern? Zum Reinfingern. Nein. Wer, wer, wie? The worst. Ach, the worst. The worst of the week. The worst of the week is? Was ist denn the worst of the week für mich? Olivia mit dieser scheiß Tippelei. Diesen Tippelschritt, den sie macht, den sie jetzt dreimal gemacht hat. Beim Roast macht sie den und bei der anderen Staffel und jetzt wieder. Why do you think this is funny? Und warum machst du es immer wieder, wenn die Judges die immer wieder sagen, Schatzi, this is, we don't like this. Ja. So eine Situation hatten wir auch schon. Ach, dann machst du es einfach nochmal. Ja. If you don't wanna listen. Ja. Ja. Mein worst of the week. Was war mein worst of the week? Ja. Roos Look fand ich nicht geil. Aber das ist doch nicht worst. Nee, ist nicht worst. Ja. Ich will dir nicht immer nachplappern, aber da ist ja auch. Ich hab mich dir heute auch angeschlossen. Kommst du in meinen Mikroarm oder was ist dieses Geräusch? Welches Geräusch? Das macht immer so Bum. Ich glaub, das war meine Faust. Ach, hämmert sie auf den Tisch? Ist sie eine männlichere heute? Ich habe, ich habe, warum hab ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist Benz. Ist dunkel geworden draußen. Ja, ist schon dunkel draußen. So, meine Carbonara wartet. So, let's wrap it up. Also, unsere Top 4. Wir wissen es immer noch nicht. Ich glaube, ich hatte in den Top 4, ich hatte Jutika, ich hatte nicht Gottmik. Ich hatte auf jeden Fall Rosé und Candy, bin ich mir auch nicht sicher. Simone hatte ich auf jeden Fall sicher. Also, zwei hatte ich von vieren auf jeden Fall richtig, wahrscheinlich auch nicht mehr. Weißt du, wen du hattest? Du hattest Gottmik in den Top 4, weiß ich. Ich hatte Simone definitiv. Ja. Ich glaube, dass ich die Rosen nicht gespürt habe. Ich glaube, ich war noch ein bisschen bei Tina Börner. Oh Gott, das kann sein, dass wir das auch hatten, dass wir die Börnerin noch hatten. Ja, aber wir dachten, die hat zu viel Vorschuss, Robin. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. I don't know. Tamisha hatten wir, glaube ich, auch. Oder? Ich weiß es nicht mehr. I don't know. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber vielleicht habt ihr das ja besser im Kopf. Dann könnt ihr uns das sehr gerne schreiben. Since we are talk of the town in einer sehr kleinen Bubble in Berlin. Vielleicht kennt ihr euch da besser aus. Dann schickt uns das bitte an bartattenpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns nach wie vor gerne Fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen auf Apple Podcast. Empfiehlt euch, empfiehlt uns alle, euren Freunden. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche. Ne? Ja, aber Ostern war so schön. Das ist eine Geilheit. Yes, it was. Du, ich habe tatsächlich meinen allerbesten Freund Joko jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr wiedergesehen. Kannst du es dir vorstellen? Wir haben es ein Jahr nicht gesehen wegen Scheiß-Pandemie, weil der sich so isoliert, weil er sagt, das macht er alles nicht. Ja, aber jetzt mit Schnelltests und so. Ich habe wirklich vor der Tür den Schnelltest gemacht und war negativ und dann durfte ich rein. Das haben wir zwei sehr schöne Tage miteinander verbracht und ja, best Easter-Present ever. So. Gordi. Gordi Gord. Yes. Baby Boops, es war wieder mal wunderschön. Yes. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Happy Noodling. Thank you. You too. Mit wem auch immer. Ja. Schau einmal. Schau einmal. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich liebe dich auch. Bis dann. Tschüss. Ich nochmal hier, kurz aus dem Schnitt. Ich habe jetzt schnell mal selbst die Recherche gemacht. Wir hatten tatsächlich unsere Top 4. Wir waren uns bei drei Mädels einig, dass sie auf jeden Fall dabei sind. Nämlich Jutika. Olivia. Und Simone. Den haben wir beide richtig. Dann habe ich mich für Denali entschieden. Und die Conchi für die Rosé. Tada. Also Conchi hat zwei noch im Rennen. Und ich nur noch einen. Und ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis bald. Bis bald. Bis bald.